Okay, gut, das ist das so gut. Okay. Gut, es hat funktioniert. Danke. Oh Gott, war das fies gerade. Wir haben noch eine Runde. Oh Gott, Hilfe. So, auch noch. Nee. Ach, stimmt, dass du brauchst. Das Ding kommt ja noch. Ja, sind die doch nicht da. So, wenn dann noch. Äh, imagine wird noch mehr Schaden machen. So. Und den Multiplayer bitte weg. Ich brauche nur noch ein bisschen P. So. Aua. 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 FNP, alter. Ähm, der Adrinegang. Ähm, ein frischen Combo. Mokula Beam, so. Na gut, das ist vielleicht sogar gleich schon weg. Okay, gut. Alles klar. Haben wir es geschafft? Nein, immer noch nicht. Äh, Terminal Protocol. Oh Gott. Okay, die Runde ist echt schon hart. Ich komme aus der wirklichen Gegner her sein wird. So. Ähm. Äh, die da wird ihm auf den Sack geht. Genau wie der Scheiß ist der Kürtio Orb. So. Aua. 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 Okay, so. Dann machst du einmal Hyperactivity. Und erledigst den da. So. Du machst mal eine Coca-Cola auf. Du machst eine frischen Combo. Du greifst an. So. 2500 Schaden. Tschüss. Okay. Aua, au, 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 au. Warum ist das die letzte Woche? Das habe ich ein Problem. Äh, Comforting Smile auf jeden Fall. Comforting Smile auf jeden Fall. Ähm. Wir hatten es nicht. Du hast noch nie mehr. Und ich habe hier. Einmal angreifen. Eben kostet ein bisschen heilen hier. So. Das ist der Wording geleistet. Das ist schön für dich. Danke. Gut. Und wir sind durch. Danke. Cleared out der Arena. Ja. Sie haben es nur 500 Points. King Troshy. Gibt es noch einen Endkampf oder so vielleicht? Gegebenenfalls. Mal gucken. Compete. Special Exhibition. Ja. Okay. Das wird jetzt interessant. Wer ist jetzt der letzte Gegner der Arena? Oh mein Gott. Aha. Okay. Johnny Katana. Mhm. Jo Kids. My sword arms been itching to show you why they call me Johnny Katana now. Oh Gott hilf ich hab Angst. Die wird auf Soßen stark. Wir are not gonna be pushovers this time. If you lose Jimmy, I want you to know that it won't make you a loser. To be a winner, you've just got to be the best you can be. Oh mein Gott. Hilfe. Hilfe. Ohne einfach dein Battle Film. Oh egal. Oh wie geil. Ähm. Ja ne. Call it shot. Ähm. True Nate auf jeden Fall. Ich kann wahrscheinlich auch nichts glauben bei denen. Warte mal. Oh ich kann das Katana clown. Hahaha. Ähm. Ähm. Und du. Analyzes of Johnny. Hat der keinen Countdown? Okay. Okay. So. Hyper Activity. Angriff. Ähm. Einfach auf Punch. Du versuchst den weiter zu beklauen. Ach. Ach. man kreuzschutz du willst wieder du hatte noch eine leise hat er das er gar nicht machen können so gestartet hat er aktiviert den da ich heute wieder nicht gut absolut nicht gut was parks ach das beliebt alle wieder da nutze ich das noch nicht das da und dann einmal den shakedown damit wir irgendwann sein scheiß gerade anders das hat nicht funktioniert macht der schaden den da auf dich selber sobald der clown und du mal dem okula bieten der kampf ist schon ein herrte aber scheiße schon ist dort nicht gut aber der schlecht tot okay ich habe sie verfolgen der ausläuft angriff das bräuchte ist eine hau heiler verdammt damit der überlebt ja wissens ist der schon mal so alarm klug auf die so ja ja das ist sowieso ist ganz gut so okay das hat mir jetzt ein arsch gerettet scheiße so noch mal kurz hat immer noch ist auf alle du machst auf den arbeit die ganze zeit okay ouch 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 verdammt so hyper activity jetzt jetzt kriegst du schaden reingedrückt mein freund so high five wer brauchst du dringendsten mit der fische ein combo auf die da und auf die da so 10.000 schaden ist er verkehrs tot das ist nicht gut absolut nicht gut hot shot das muss ich erst wiederbeleben fire alarm ok so fuck das ist wieder mal du musst es heilen einmal bitte dann sind wir tot am klug über der markei alle haben du bist so oh gott oh gott ok noch mal von links meilen ich muss sagen so ein bisschen schaden raus sollen hier das hat die der menschbeer aufgemacht verdammt nicht gut ja das black feiert jetzt krass aber habe ich habe ich mir gedacht was ist es nicht gut gewesen oh man so er ist es sehr herzlich mal am schlafen also kreuzschott ach so der war es gestartet ne damit musst du den alten die alarm clock und du wirst endlich mal den typen hier ausschalten oder auch nicht weil ich toll ganz toll ja ja jetzt habe ich ein problem ich glaube das schaffe ich nicht mal ich habe nicht genug items steht das ist nicht gut das verdammt heute muss man alarm clock jetzt mal bitte irgendwie den typen wahrscheinlich passt nämlich echt auf den sack woher es tut das aber doch sie kommt das schafft man das schafft man das schafft man das schafft man irgendwie irgendwie schafft man das das ist natürlich um schlafen feier allem auf ende bitte aber sie kann nur 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 dingens noch so fast 100 schaden danke so kalt coca cola auf andrew merken der frischen combo so und du kommt die wird jetzt doch nicht mehr ganz so stark oder die schaffen wir jetzt noch irgendwie ich schaff mal jetzt noch du hast einfach einmal du musst nur kurz schaut so 2700 schaden da ist jetzt noch eine leistung gehabt dann hätte man die erst aufschalten können einfach aber jetzt ist ich glaube ich auch tot ja geschafft gott war der kampf hart oh ich will gar nicht wissen wie die kämpfe im dingens werden wenn der jetzt schon hart war im heart prison oh mein gott 15.000 ep 15.000 dollar nice heilig scheiße das war schon hart ich das das hat jetzt auch echt schwarze zu schaffen hey no fair you cheated well nah the kid beat us fair and square we got to accept that oh didi you just reminded me of the boss yeah maybe he was cooler than i gave him credit for you saw something in jimmy so it's no surprise that we lost this one but you know what you saw something in us too yeah if the boss were here he would say something like destiny is a pair of a man calves with his own hands then he would show us a run-off kick and he would be working on der ist doch da guys i think we are taking away from the kids moment jimmy beat the champion of the king cup jimmy earned a cartoon hammer was 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 ist denn bitte bei comically oversize there is nothing funny about getting hit with this we do this early agility to one aha nee nee ist vielleicht was für punch aber dann ist der ja asch langsam einmal ist es dran ich weiß nicht das ist ein bisschen blöd weil wir so eine scat hektik nee das machen wir lassen dieses display das ist eigentlich ganz okay nee okay dann müssen wir es durch ja jetzt könnte ich noch den kram hier meinten theoretisch und geldt galaxy bad schuld mich zu interessieren aber da ist müsste ich die ganzen müsste ich den kapital noch mal noch machen aber nee ich mache erst mal ein cut ich glaube das war es einfach heute und wir sehen uns dann das ist mal bei let's play jimmy and the presenting mess auf diese leute auf wiedersehen